Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hi. Mahlzeit miteinander, willkommen zurück zu die Gilde 2 mit den üblichen Genies, Empty und Tony. Ja, ich bin ein Genie. Slash Sarkasmus. Hm, danke. Kein Ding. Boah, ich hab irgendwie voll Hunger gerade. Aber die Aufnahme starten. Ja, was muttert muss. Und neben mir steht auch noch so ein Rest Brownie, also. Oh, ist das der Händlerkarren von den Gelben? Nö. Ach, das ist eine Scherge. Wo soll ich hingehen? Der Karren knarrt. Bin Supporter. Könntest du bitte wieder ein bisschen schneller machen? Ah ja, stimmt. Da war was. So schnell. Nein, bitte nochmal. Ein Kampf. Echt's? Tötet sie. Gut gemacht. Jetzt nimmt doch das Zeug aus dem Karren raus. Steht nicht davor. Brav. Ich hab zwei Lavendel gefunden. Yeah. Die werf ich weg. Würde ich nicht tun. Die kannst du auch gut verkaufen. Ja, die Holzkotze bekommen. Also die 32 Goldstücke brauche ich jetzt unbedingt nie. Äh. Ist das ein Räuberlager? Nö, das ist ein Holzfäller heute. Ich glaube Räuberlager würde man relativ schnell erkennen. Ich hab jemanden gesehen, der einen Sack getragen hat. Also dachte ich, das wäre ein Räuberlager. Selber Sack. Äh. Ich muss bei mir mal ganz... So, ich bin Stufe 3. Das heißt, einmal groß ausbauen. Ich muss bei mir mal ganz kurz die Aufnahme pausieren. Bis gleich allerseits. Wenn du dort gehst, also auf dieses Haus, hast du den linken Hammer. Ja, Bibi. Danke. Was hast du dir gekurvt? Frage geht dir nicht. Gut, dann kann ich dir nicht helfen. Das ist doch relativ schnell nachgeschaut. Hm, was booste ich denn hier jetzt noch? So, dich baue ich aus. Und dich baue ich auch aus. So, jetzt habe ich nur noch 4.000 und fast kein Geld mehr. Egal. Bei mir wird gewissenhaft gearbeitet. Also wenn du dringend Holzkohle brauchst, ich kann dir was geben. Ich habe noch 22. Ich habe noch die 40. Ich musste mir erst mal... Oh, ich habe jetzt eine Fäde mit der Dynasty Schmidt. Yo. Ihr seid der Meister. Kaufst du gerade das Recht des Bürgers? Nein. Ich melde mich gerade für ein Amt an. Bitte nicht meins. Nein, keine Sorge. Um den Weibel. Ja. Ja, einen von uns muss es dann ja treffen. Wenn es dann ausgelost wird, wenn du für jemand anders stimmst und sie für jemand anders... Ich kann nicht stimmen. Du kannst nicht stimmen? Weibel und Schlichtmann werden beide vom Schultheis gewählt. Oh. Und Schultheis wird vom Schlichtmann und Weibel gewählt. Deswegen brauche ich, um mich hochzuwählen, beide Stimmen. The more you know. Also, möchtest du ein paar Dolche haben? Dolche haben sie standardmäßig. Hm. Das heißt, ich bräuchte das darauffolgende dann. Habe ich hier noch was drin? Ich blündere gerade auf Gerstenmehl. Sehe ich gerade. Ja, ja. Und ich plündere halt tatsächlich Lavendel. Plündert den Lavendel. Also, ich habe gerade eine Handkarren mit 40 Obst und ich habe auch ein bisschen was an Seife und Mehl. Dann wissen wir ja, wer das da als Handelsroute benutzt. Also, wo ich das mal als Test gespielt habe, da kam dann irgendwann später, ab, sagen wir mal, Sommer 10 oder so. Also nicht Sommer, sondern Jahr 14, 10, kamen da die mit Gold an. Da war es nicht selten, dass ich 80 Gold im Lager hatte. Hm. Das war eigentlich ganz gut. So, ich habe jetzt 100 Eisen in meinem Minenlager. Macht ihn fertig! Weil langsam kommen die Söldner. Was mich gerade ein bisschen nervt. Meine Angestellten sterben alle. Euch wurde eine Tochter geboren. Kein Glückwunsch. Oh, hier war eine Menge drin. Komm schon, komm schon. Irgendwas Gutes. Und wehe, du gibst mir jetzt Holzkohle. Du bist von der Gießerei. Was brauche ich denn in meinem Mara? Was brauche ich denn hier für die Produktion? Ein Kiefer. Oh, mein Amtssessel ist bedroht. Nicht von mir. Clarabella, Kalteis. Ist nicht die gleiche Dynastie. Dürfte ich verteidigen können. Ich habe genug Geld zum Bestechen. Okay, das haben die also in den Säcken weggetragen. Zwölf Körnerbrei. Sackbrei. Ja gut, wie gesagt, falls du noch mal unbedingt Holzkohle brauchst. Ich habe noch 22. Ist was. Sonst gehe ich sie nämlich... Ja, ich behalte sie erst mal. Presburg, ab. Du musst dich ausruhen. Du bist fast tot. Du besitzt keine Lebensbalken mehr. Wo soll's hingehen? Das dauert nicht lange. Käseltoast? Wie bescheuert. Meine Produktionsfuzzi in meiner Gießerei haben gerade einfach nur gefragt, Käsetoast? Das ist total, das ist total bescheuert. Ist mir auch schon aufgefallen. Käsetoast? Ausruhen. Ich habe schon wieder Seife. Ist das ein Zeichen dafür, dass ich mich öfter waschen soll? Tonig stinkt, ne? Jetzt beleben wir hier die ganzen alten Memes wieder. Ah, bitte nicht. Zu spät. Oh. Ups, das war das Mikro. Ich habe einen Sohn. Ich habe eine Tochter. Oh. Das war wohl ein guter Söldner. Wieso? Sind deine Fuzzis alle tot? Mein Räubernest hat keine... Angestellten mehr. Ups. Warum auch immer der dort hinten rumdümpelt? Egal. Sagen wir, wenn ich noch ein bisschen Plus mache, ist alles okay. Können die Leute ruhig sterben. Und vor allem, solange die nie von der Bevölkerung... Ähm... Oh, ich habe einen Sohn. Ähm... Ähm... Detlef. So. Oh, die Amtssitzung geht los. Sparkus will gar nicht erst hin. Ist okay. Sparkus? Vor allen Dingen Sparkus. Warum sage ich Sparkus? Das habe ich dich auch gerade gefragt. Empty. Schlichtmann bin ich, ne? Ja. Was ist, wenn einer hier so ein Ausdruckzeichen über dem Kopf hat? Ähm... Ja, das ist eine gute Frage. Weil ich euch sonst alle töten werde. Außer mir besitzt keiner die Fähigkeiten... Ich bin ein Diplomat, okay? Also, theoretisch würdest du nicht wehen. Das ist schon mal gut. Da. Ich mag dich. Und ich mag dich noch mehr. So, der Balken ist voll. Also, ich lasse es mal so. Ich gebe dir mal kein Geld. Ich habe gesehen, man kann übrigens auch gegen... Man kann es wirklich schaffen, wenn man die Beziehungen perfekt erhöht, dass man durch eine Familiendynastie, also halt... Dass die gleiche Familie halt einen selbst wählt. Und nicht die andere Person. Keiner von euch wird gewählt. Gut, ich glaube, ich weiß warum. Weil die ja in der gleichen Dings sind, ne? Das ist halt das Problem. Die sitzen gerade ziemlich fest drinne. Äh, ich glaube, wir müssen die umbringen. Also, einen davon, was? Äh... Ja, bestich mich ruhig, aber... Äh, ich habe eh kein Wahlrecht. Danke. Ich habe dich bestochen. Ja, waschbarkus. Äh, pfff... Empty. Verdammte Mist. Ähm... Ich werde mich mal ans Werk machen und werde ihn umbringen, ne? Jo. Wenn ihr was dagegen habt, sagt, ne? Jo. Hau rein, tob dich aus. Auf, auf, ans Werk! So. Ähm... Was ist? Beistandspakt. Ja, ich werde dich aber gleich umbringen. Tut mir leid. Zweitmitarbeiter, bitte. Soll ich helfen? Meine Ortschaft hat sich fortentwickelt und neue Stadtrechte hinzugewacht. Tatsache. Ja. Unsere Ortschaft hat sich fortentwickelt. Ähm... Gut. Wer wird jetzt gewählt für den Haupt... Mal... Dorf Schulze? Den Dorf Schulzen wählt nämlich jeder. Das heißt, ich glaube, ich brauche ihn nicht mehr umbringen. Kann sich mal einer von euch als Foltermeister und der andere als... Ich bewirb mich gerade als alles. Oder so. Ist egal, weil dann haben wir drei Stimmen. Dann kann ich hoch zum Dorf Schulzen. Der Dorf Schulze wird nämlich von jedem gewählt. Was nun? Ähm... Der Dorf Vogt wird von wem gewählt? Nur vom Dorf Schulzen. Gut, dann bringe ich den wohl doch nicht um. Hm. Wir wählen den einfach raus. Warte mal, ich habe da jetzt andere Rechte, oder? Politik. Immunität, Härte der Rechtsprechung. Nö. Okay. Ich bin der Meister. Oh. Verdammt. Brauchst du Holz? Hm. Aktuell nicht. Gut. Hab nämlich ein bisschen was. So, wo ist denn das gerade gut wert? Fahrt mal alle nach Wien. Alle drei. Hin vor. Ja, die sind gerade alle voll. Deswegen. Boah, ich bleib ständig an diesem blöden Kopfhörerkabel hängen. Ups. Schon wieder. Dang it. Hast du gerade richtig schnell gemacht? Marginal. Mach mal kurz nochmal auf normal. Ich muss gerade ein bisschen einstellen. Ja, kein Problem. Ich habe jetzt auch das, was ich wollte. 30 Edelsteine. Oh. Das ist eine Menge. Ja. Ist jemand reich? Nö. Die Preise sind durchwachsen. Also ich muss meinen Verkauf jetzt nach Wien schicken. Oh. Ich habe Edelsteine. Gefunden. Erbeutet. Gefunden. Ja. Wartest du noch einen Moment, bis ich meine vertickt habe? Ja. Willst du ihn nach Wien schicken? Ja. Dann gehe ich mit dir nach Bresburg. So. 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 So, dann kann ich das Ding jetzt aufwerten. Wohin auch immer es gehen soll. Yay. Neuer Rang. Und der Tag ist vorbei. Oh. Die Arbeit wartet. Ich habe einen Pilzkorb gefunden. Du hast einen Pilzkopf gefunden? Einen Korb. Nicht Kopf. So. 50 XP fehlen mir noch. Ach ja. Wollte erweitern. Apropos. Damit ist es an der Zeit nochmal. Zu speichern. Tada. Welcher, welches Genie hat hier sein Handy nicht auf lautlos? Sorry. Ich habe gedacht, das hört man nicht, weil ich nichts gesagt habe. Und sowas will Profi sein, ja? Will. Ist es aber nicht. Ja. Genau. Wünscht dir was ist nicht. Hast du hier was mitgebracht? Kann ich mir eigentlich... Oh, ich kann Fadekarren kaufen. Die sind toll. Die können drei... Die haben drei Plätze. Ja, aber nur drei mittlere. Ochsenkarren sind langsamer, haben aber große Plätze. Da geht mehr rein. Ähm, ja, du kannst bei den Karren, wenn du im Karrenkaufen, den sie bist, auch den Rechtsklick gedrückt halten. Ah, drei große. Richtig. Und die haben drei mittlere. Ah, cool. The more you know. Ja, gut. Ich muss aber gerade eigentlich ein bisschen sparen. Egal. Verkaufen. 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 Das reicht leider bei mir noch nicht ganz für... Kaufen mal zwei Ochsenkarren. Sollten das mal reichen. Und hier reicht's derzeitig noch. Hier brauch ich erstmal noch nix. Wie gesagt, ich hab Holzkohle, ne? Falls du brauchst. Ich hab nur 20. Kannst dir abholen. Sag ich Bescheid, wenn ich's baue. Brauche. Ja, gut. Okay, ihr steigt direkt erstmal um auf Silber. Ah, Silberringe. Nö, nur zur Produktion, weil sich das gut verkaufen lässt. Meine Gießerei ist eigentlich nur, äh... ein, ein Sekundär... Unternehmen. Es ging mir nur darum, dass ich die Produktion kontrolliere. Oder den Verbrauch in der Stadt. Ah, okay. Macht ihn fertig. Gut gemacht, meine Lakaein. Okay. Oh. Äh, wie war das mit Silber? Ich hab 40 Silber erbeutet. Von mir nicht. Ich hab nur die Produktion angeworfen. Ich hab ihn noch nicht. Ähm... Wo willst du verkaufen? Ich nehm mal an, in Pressburg, ne? Äh, ja. Kannst du von uns überhaupt beuten? Hast du nicht gesagt, das geht nicht? Ne, ich kann von euch nie. Ich hab 40... Ich würd die halt auch gerne in Pressburg verkaufen. Dann mach doch. Ich hab noch keine produziert. Also du hättest noch die Option. Ja, gut. Ich hab halt noch 40. Also... Ja, dann mach. Ich hab noch keinen Silber produziert. Ich verbrauch's aktuell nur. Äh... Willst du das überhaben? Äh, ich hab's beauftragt, meine ich. Ne, das bringt mir nicht viel. Ich kann's ja nicht verarbeiten. Ich will's einfach nur direkt verkaufen als Finanzspritze. Okay. Ja, ich verkaufe mal 40 Silber, was? Ja, hau rein. So, hier ist nix mehr drin. Äh, Verband und Seife. Okay. Also ich glaub, ich überfall hier grad ne Handelsroute von der Heilstube. Wirkt so. Oder Tinkturerei. Eher. Diplomatische Beziehungen. Nein, du kriegst ja nen Beistandspakt. Fick dich! Er ist schon zum dritten Mal, dass der fragt. Der kriegt keinen. Kann er vergessen. Upsala. Das war gerade... Wie hat der nächste Rang auf Bürger gekostet? Brunghaft. Brunghaft. Weiß ich nicht, aber ich könnte die Tischlerei noch kaufen. Schicklichkeit. Yay, ich hab den Gildenvorsitz. Ah, und Empty hat den Gildenvorsitz als Patron. No. Ich lass mich rass. Hab ich den Gildenvorsitz, äh, Vorsitz in... Gildenmeister der Verborgenen unbesetzt. No. Fähigkeit, Kamasutra-Meister. Das heißt, was bringt uns das jetzt? Nicht viel, es ist einfach nur ne Anerkennung. Noi, na toll. Starke Havos. Oh, 2-1, wo sitzen da? Das nehm ich doch mal. Da ist endlich die Stufe 3. Ja, die hab ich noch ne. Also, ich bräuch das Geld dazu. Nein, die Stufe 3 erstmal für meinen Charakter. Ich hab aus Versehen die ganze Zeit meine Ische zum Rängekaufen geschickt. Dementsprechend hat die die ganze Erfahrung gekriegt. Ach so. Wie, wer hat denn meine Ische? Oh, die kann ich auch mal skillen. So, ihr kriegt auch ne Fähigkeit. Gebildet. Bitteschön. Geh wieder in dein Haus und trainier. Oh, hier ist wieder einer gestorben. Muss ich ihn nachkaufen? Oh, schon wieder ein Toter. So ein Scheiß. Ja, ist halt echt so. Ist schrecklich. Da kam gerade mehr Eisen an. Wo ist denn hier die Silberader eigentlich? Na da, unter den Bäumen. Ja, das Silberabschlitz verkauft. Ich hab knapp 3000 rausgekriegt. Sehr gut. Macht sie fertig. Macht den Söldner fertig. Oh, die hat ein Schwert. Ich hab ein Schwert. Macht sie fertig. Puh. Wenn du Schwerte hast, sag's mir bitte, ne? Ja, ich mach gerade das Upgrade auf die Waffenschmiede und damit dürfte ich eigentlich welche herstellen können. Brav. Ja, manchmal bin ich so, ne? Ja, das ist sehr nett, weil mit Dolchen komm ich langsam nicht mehr weit. Also wenn du eventuell dich darauf einrichten könntest, Holz zu klauen wie ein Blöder. Oder ist die zu verkauf? Ne, die ist leider verkauft. Wem gehört die denn? Der Dorf Schulzen von Wien. Ich hab Tonerde und Schleifziegel. Oh, die Schleifziegel, die könntest du mir bei Gelegenheit verkaufen. Die braucht man für Schleif. Einen. Ich hab einen. Ich hab ein Schleifziegel. Wo werden die denn produziert? Äh, man braucht ja von Tonerde dafür. Schneiderei, Steinmetzhütte. Nein! Töte sie! Töte sie! Töte sie! Ja, dann bauen wir doch mal ne Maurerei, ne? Töte sie! Oh, verdammt. Gardisten! Rennt! Rennt! Was machen Gardisten hier draußen? Ich bin außerhalb der Stadt. Plopp. So, da kommt jetzt mein drittes Betriebsgebäude. Die Gilde sucht nach Waren. Das ist schön für die Gilde. Scheiß Gott, das ist, ne? Ich kann grad nix klauen, weil alles bei mir stirbt, wegen den Gardisten. Immer nur Arbeit. Nee, das ist noch gar nie verkauft, das Silber. Das fährt noch. Es ist jetzt schon wieder runtergegangen. Nein! Egal. Es ist trotzdem immer noch besser, wenn du es in Pressburg verkaufst. Ich verkauf's in Wien. Weil man in Wien bessere Preise für Eisen kriegt. Wär nicht in der Lage wäre, mal den Rechtsklick zu drücken. Ja. Abladen und zurückfahren. Die 15 Dörche, die ich hab. Dann verticke ich mal ebenfalls in Wien. Oh. Jo, war ganz gut was wert. Ich hab jetzt 10.000. Ich bin runter auf 7.000. Ich baue aber gerade, wie gesagt, meinen dritten Betrieb und hab ein Upgrade von meiner Gießerei gemacht. Nur wegen dir geh ich in die Waffenschmiede, ja? Ja, vielen Dank. Das ist halt echt sehr freundlich. Nur wegen dir. Du bist schuld. Und Empty ist ganz schweigsam. Wie läuft's bei dir, Empty? Mhm. So schlimm? Weiß nicht. Kann ich nicht beurteilen. Kaufen. Kaufen wir mal einen Ochsenkarren. Yay. Ein neues Gebäude wurde errichtet. So, was brauchst du? Holz, ne? Ich kann halt nur sagen... Erstmal noch nicht. Ich kann halt nur sagen, ich kann mir nur aufspeichern, was ich halt erbeute. Mehr nicht. Ich geh nicht selbst plündern, sondern ich schick die einfach auf die Straße und guck, was dabei rumkommt. Und wenn was Gutes rumkommt, dann geb ich dir das halt. So, ihr zwei produziert jetzt erstmal Schleifziegel. Arbeitsplätze. Zack. Ich glaub, den ein Schleifziegel wisst ihr nicht haben, was. Äh, nee, den kannst du einfach so verticken. Die Beschreibung ist ja auch schön. Büste. Wer was auf sich hält, der muss eine Büste in seinem Domizil stehen haben. Wen diese darstellt, ist eigentlich egal, aber Hauptsache eine haben. Steinkreisel. Wenn ihr eurem Kind einen Steinkreisel schenkt, wird es beim Spielen damit wertvolle Erfahrungspunkte sammeln. Wo hast du das? Äh, das kann ich in meiner Maurerei herstellen. Ah. So, ich rüste mal auf Ochsenkarren hier oben. Was ist denn hier los, ey? Du kriegst ja nichts mehr geplündert, ja. Äh, ja, ich will das Recht des Bürgers, bitte. Danke. Hier produziert das. Hab ich wieder 10 neue Dolche, das sieht auch gut aus. Wie hab ich denn überhaupt einen... Ich hab grad mal 31.000 Vermögen, äh, 31.000 Vermögen, das ist nix. Ich bin der Meister. Wie sieht's bei mir aus? 61.000? Hm. Sag ich ja. Oh. Ist jemand von euch rot? Äh, ich bin grün. Gut, ich hab grad von roten Handelskarren geplündert. Ich glaube, wir sind deine Farbe und weiß, müsste empty sein. Ey, was... Was ist die Plündermedien? Ich glaube, die können wir uns gegenseitig gar nicht angreifen. Was ist die Plündermedien in Weihwasser, Tonerde? Was will ich denn damit? Ist alles nix wert. Gut, die Kupfermünzen sind ne Menge wert. Ich kann ja niemanden angreifen. Ein Spion hatte keinen Erfolg. Das ist Handwerker, du bist mir sowieso Wurst. Also kann ich niemanden ausrauben? Weiß nicht. Oh, jetzt kommt ne große Bestellung her. Was bringt ihr mir denn? Seife. Super. Das ist definitiv ein Zeichen. 22 Stück. Jetzt hab ich wieder diesen bescheuerten Audiobug, dass es die ganze Zeit Pling, 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 Pling macht. Bei mir nicht. Jetzt hat's aufgehört. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal im Sound bei mir die Musik ausschalten. Ich hab auf das, auf die erste Folge von die Gilde bestimmt sechs Copyright Ansprüche gekriegt wegen dieser scheiß Musik. Echt? Ja, ja, das ist total schlimm. Das ist irgendwelche Gratismusik von irgendeiner Website. Du bist unterwegs. Soll ich jetzt meine Holzkohle verkaufen oder nicht? Die könntest du auch mir überlassen. Dann muss ich nur bei mir von der Gießerei noch einen Kahn wegschicken. Wie viel hast denn du? 40? 20 halt nur, aber... Ja, das macht ja nichts. Oh, ich hab... Du kannst auch Kiefernholz haben. Hab ich auch grad mitgenommen. Nehm ich beides. 40 Kiefernholz, 20 Holzkohle. Ich glaub, das ist... ganz gut, was? So, wo ist denn das? Wo ist denn das, was währt? Fahr mir mal nach... Bresburg. Ja, ich... Beachte, in der Stunde geht die Verhandlung los. Ja, mein Fuzzi ist schon da. Oha. Bei dir geht's gerade auf die Rübe. Mhm. Die haben halt Schwerter, ne? Ja, aber es ist auch nur eine. Und sie ist... tot. Ja, aber ich muss die jetzt alle zum Heilen mal schicken. Allesamt. Oh, warte mal so wenig. Gehst du hin? Bleibst du hier? Yay. Gebäude erweitern. Soll ich für dich auch Rüstung herstellen? Oh ja. Das wär toll. Okay. Einer von euch geht das herstellen. So, was brauch ich denn für ein Langschwert? Schleifziegel und Holzkohle. Nice. Okay, ihr drei macht das. So, dann switchen wir doch mal in die Verhandlung. Mal gucken, was da abgeht. Sag mir mal, wenn ich was wählen muss. Jo. Das gilt ein Vertreter. So, jetzt geh ich um an die Verhandlung. Wurde mein Amt denn überhaupt angegriffen? Nee, ne? Ich glaube, ne? Okay, du kannst wählen. Ich darf wählen, aber ich glaube, du wirst eh gewählt. Ja, wähl mich trotzdem. Es tut mir leid. Ich muss, ich muss leider. Es ist egal, was ich wählen würde. Es wäre egal, was ich wählt hätte. Ich bin ja dafür, wir schalten, also wir lassen dich draußen aus der Diplomatie. Du kannst dann mit einsteigen. Oh, 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 oh. Oh, oh. Die Nutte. Und ich konnte nicht mal bestechen oder so. Oh, oh. Also, Bertram Tadic muss sterben. Nein, ich werde ihn nicht umbringen. Warum? Weil ich nicht will. Kann ich machen, ja. Wenn du das möchtest. Ist ja egal, wir könnten ja trotzdem unser Amt kriegen. Ja, Logo. Musst dich halt nur bei dieser Familie einschleimen. So, wie sieht es jetzt in der Politik aus? Du stehst unter mir. Arbeit ist meine Leidenschaft. So, bewirb du dich mal als Hauptmann. Mach ich gleich. Du müsstest jetzt erstmal die Holzkohle bei dir ins Verkaufslager legen. Äh. Boah, was die hier ge... Alter, was die hier geplündert haben. 40, äh, 60 Gerstenmehl. Äh, wollte das das falsche. Hier. Eins, zwei... Erstmal die Holzkohle, bitte. Drei. Bitteschön. Holzkohle, Merci. Holz. Den Rest kannst du wieder in dein internes Lager legen. Kann ich nicht mitnehmen. Hab nur den kleinen Wagen. Ich behalte es dir aber auf, ne? Jo. Äh, jetzt ist die Frage... Wenn ich den Volkermeister überredet kriege... Das heißt, ich besteche den mal schnell. Äh, mich zu wählen... Boah, ich besteche ihn für 235 und das ist die größte Schatten... Das ist der größte Betrag, den ich dem zahlen kann. Meine Füße tun weh. Gut, ihr tut mal wieder Wege lagern. Oh, ich hab 200 Silber im Lager liegen. Boah. Ja, dann überflute mal den Markt, was? Hab ich vor. Das... Oh, äh, 220. Ne, 210 Silber. Gut, dann macht ihr als nächstes ein bisschen Gold. Ich soll mich als Hauptmann bewerben? Ja. Wobei, wobei, warte mal. Nur meine Frau kann sich auf Hauptmann bewerben. Ähm, du selbst bewirbst dich als Foltermeister. Den Hauptmann kriegst du nicht durchgedrückt. Den Hauptmann krieg ich höchstens als meine Ischa. Den kriegst du aber nicht durchgedrückt, weil nur der Dorf Schulze den wählt und die gleiche Familie sind. Achso, ja, stimmt. Gut, dann... Ähm, bewirb du dich selbst als Foltermeister. Einer von euch muss auf jeden Fall Foltermeister sein. Läuft schon. Und ich besteche jetzt den Foltermeister, bis der mich mag und dann bewerbe ich mich hoch. Die Rechtsprechung wurde beendet. Das wäre zumindest ziemlich gut. Ich will nur 200, also... Wien am besten. Meine Füße tun weh. Oder? Wien, ne? Ja, Wien. Immer nur Arbeit. Boah, hier geht's ab. Oh mein Gott, ich glaub... Ich glaub, hier werden alle sterben. Das ist dermaßen partyhart. Hm. Das sind vier Söldner. Oh. Okay. Holzkohle, Holz... Ja, die werden alle sterben. Und... Schleifziegel. Yeah. So, ich produziere dir jetzt gerade Langschwerter. Und alle tot. Äh, nein, du kriegst keinen Beistandspakt, verdammte Scheiße. Also in der Theorie müsste ich dir zehn Langschwerter herstellen können. Ähm, achte. Brauch ich. Ja, zehn kann ich jetzt gerade von der Menge her machen. So, das heißt, der nächste Schritt für mich wäre dann jetzt in der Tat... Oh, ich kann noch einen Hiwi anheuern. Oder auch nicht, weil ich kein Geld mehr hab. Ha! Abladen und verticken. Gebäudestufen... Steinschneiderei. Sehr großzügig. Ich besteche den gerade die ganze Zeit. Steinmetzhütte. So, jetzt starte ich erstmal mit einem dicken Minus in den nächsten Tag. Ja, ich hab noch 5000 über. Ich hab noch 220 und gleich hab ich 0. Aber, dann... ...stelle ich die Geschwindigkeit jetzt runter... ...speicher mein Spiel. Klingt gut. ...und verabschiede mich für die Folge. Schon vorbei? Ja, wir sind schon wieder bei 40 Minuten. Boah. Ja, die Zeit vergeht wie im Fluge. Und damit sei dann wie immer gesagt, klatscht gerne einen Kommentar unter das Video, verpasst uns den Like und schaut das nächste Mal wieder vorbei. Dann, wie immer von mir. Bye. Bye, Leute. Bye. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020